Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3471 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Online-Glücksspieler haben dazu beigetragen, dass ich endlich meine Miete bezahlen kann. Online-Glücksspiele haben dazu beigetragen, dass ich endlich meine Miete bezahlen kann. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hattest du eine gute Reise? Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hattest du eine gute Reise? Ich plane mein Geschäft weltweit auszuweiten. Die Welt braucht meine Produkte. Ich plane mein Geschäft weltweit auszuweiten. Die Welt braucht meine Produkte. Ich plane mein Geschäft weltweit auszuweiten. Die Welt braucht meine Produkte. Wie lange ist es her, seit wir das letzte Mal zusammen in einem Restaurant waren? Wie lange ist es her, seit wir das letzte Mal zusammen in einem Restaurant waren? Wie lange ist es her, seit wir das letzte Mal zusammen in einem Restaurant waren? Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich habe meine Zähne professionell bleichen lassen. Sehen Sie besser aus als vorher? Ich habe meine Zähne professionell bleichen lassen. Ich habe meine Zähne professionell bleichen lassen. Sehen Sie besser aus als vorher? Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Ich frage mich, was heute hier zum Mittagessen gekocht wird. Flugbegleiter in Luftfahrtuniformen stehen vor dem Einsteigen in das Flugzeug auf der Gangway. Ich bin zwar ziemlich schlank, aber meine Muskeln sind noch schwach, deshalb trainiere ich jetzt mit den Hanteln. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das Sparschwein ist voll. Das Sparschwein ist voll. Ich kann es kaum tragen. Gleich wird es geschlachtet. Es würde dir doch sicherlich auch gefallen, wenn ich diese Wand in rosa streiche. Es würde dir doch sicherlich auch gefallen, wenn ich diese Wand in rosa streiche. Ich habe den Erfolg verdient und werde deshalb heute früher Feierabend machen. Ich habe den Erfolg verdient und werde deshalb heute früher Feierabend machen. Ich habe den Erfolg verdient und werde deshalb heute früher Feierabend machen. Es tut mir leid, dass ich dein Geheimnis verraten habe, aber die anderen haben es auch getan. Alle haben die Hände in die Luft gestreckt. Alle haben die Hände in die Luft gestreckt. Aber wo ist der Ball? Ich sehe ihn nicht. Gerade ältere Menschen sollten bewusst trinken, da das Durstgefühl mit zunehmendem Alter nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Mein Hobby ist es, das Beste aus alter Fototechnik herauszuholen. Das Beste aus alter Fototechnik herauszuholen. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Du bereicherst mein Leben. Mein Vorschlag wurde angenommen. Mein Vorschlag wurde angenommen. Wir machen jetzt eine einstündige Diskussionspause. Bevor der Stress losgeht, tanke ich noch etwas Sonne. Dann überstehe ich noch etwas Sonne. Dann überstehe ich noch etwas Sonne. Dann überstehe ich die Spielzeit besser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann überstehe ich noch etwas Sonne. 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 Dann überstehe ich noch etwas Sonne.